Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! So, Belege haben wir jetzt vorbereitet. Mal schauen was wir alles brauchen, Pilze, Zwiebeln, Jalapeño, Chilis, Tomatenscheiben, Mozzarella-Scheiben, hier haben wir noch Schinken, ich glaube da tue ich auch noch anbrauch, hier noch ein bisschen Fisch und hier die Tomaten. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.